Tritra drolala ja der Chemtrail Nazi Depp mal wieder wollte eigentlich nur eigentlich wie immer auf der Jagd nach dem Sonnenuntergang aber 10 vor 8 ist es jetzt hier 7.50 Uhr der zweite September wieder mal eine Stunde oder anderthalb zu spät quasi beziehungsweise der Sonnenuntergang ist zu früh aber bevor ich wieder irgendwelche Visionen im Auto kriege und keine Kamera zur Hand habe dachte ich mache ich die mal fertig bevor ich denn jetzt losfahre dann gucken wir einfach mal was kommt okay in diesem Sinne erstmal Park Urbano über Ponta Delgada Abendstimmung mit zunehmender Bewölkung nenne ich es jetzt mal der Tag war gut heiß und wenig also meine Timelapse ist sauber in diesem Sinne erstmal bis gleich oder auch eben nicht